Live aufräumen, weil ich ein Stück Scheiße bin und ich das Satz nicht mache und so kann ich stübeln und aufräumen. Weeeey! Ich hab halt immer so Ideen, weißt du, und dann will ich die unbedingt machen oder mach ich die auch. So. Hallo! So, was haben wir hier? Kochbücher und Rezepthefte. Oh mein Gott. Aufläufe und Gratons. Rezepte für zwei. Mediterrane Küche. Das Beste von allem. Kochen für Dummies. Hallo. Aber schick mal im Discord einen Link und dann... Warte, mach ich grad den Fortnite-Tanz? Wie geht der... Nein, keine Ahnung, ich weiß wie der geht. Horst. Regal ist leer. Ja. Okay. Sauber machen. Oh. Oh, sitzen. Oh. Eine Stunde nicht gesessen. Direkt am Arsch. Und... Siehst du mein Bett? Do you look... Do you look at my Bett? Du darfst mal auf mein Bett gucken. Ich erlaube dir das heute, auf mein Bett zu gucken, ja. Guck auf mein Bett. Man erkennt dir da ja sowieso nix. Überleg mal, mach alles umsonst. Ach. Komm. Blättern wir mal im Fluss der Nostalgie herum. Ach ja. Ach ist das toll. Da. Meine Noob-Phase. Yo. Look at this, Alter. Guck dir die scheiße mal. Boah. Kann ich damit angeben? Ich glaube nicht. Nein. Nein. Ich sollte es lassen, oder? Hier, guck mal. Boah. Was für ein fucking... Fucking nerd ich einfach bin, ey. Guck dir die scheiße mal an. Ey. Vor allem, muss man auch mal dazu sagen, dass ich halt umziehe wahrscheinlich wohl. Und da das alles eh nochmal neu machen muss. Ich denke zumindest, dass ich das neu machen muss. Ah, ja, ja. Das wird lustig. Das wird lustig. Ich habe noch Joking Hazard. Und what do you mean? Boah, Peter, wenn wir beide mal zusammen sein sollten. Also nicht sein. Also nicht zusammen. Aber warte mal. Ich habe noch andere Spiele. Moment. Monopoly Junior Yo-Kai Watch Edition. Oh, Beste, ey. Oder das Spiel des Lebens Yo-Kai Watch Edition. Und die sind auch ganz schön groß. Nach ganz unten, ja. Oh, wie geil, ey. Wohin kommt denn jetzt mein Yo-Kai Watch Medaille um? Oh, wie geil, ey. Opa kommt. Opa kommt. Opa ist hier. Hallo, Leute. Die war vorher nicht im Regal, aber ich könnte sie jetzt auch ins Regal stellen. So tasty. Das war ein Insider, der nur Sons of Liberty versteht. Zum Leid, Leute. Quinch. Deine Mutter, ey. Boah, Junge. Sour, please. I'm overdosing on ketamine, Mr. Squidward. Explain yourself. Entschuldigung. Ich konnte voll schwitzen, ey. Es ist richtig warm jetzt. Soll ich mich mal ausziehen? Ja, komm. Wie viele von euch wollten jetzt einen Clip machen? Ihr verdammten Schweine, ey. Geklaut hab ich gar nichts. Das ist alles... Boah, ich setz mich auf... Ich setz mich auf meine Knie jetzt. Oh, ist davon geknackt. Aaaaaaah. Eine... Eine unge... Ungesunde Obsession with Anime-Spiele und so'n Scheiß. Und kein Pflichtbewusstsein über Geld. Ich seh aus wie in so'n Zoom-Call, ey. Mit meinem Chef. Ja, hallo, Chef. Ja, ich hab ne Hose an. Ja, was sind das für Meetings heute? Hä? Ja, tatsächlich. Ich habe mein erstes Twitch-Money bekommen. Es war extrem aufregend. Es war ein bisschen Euro. Es ist weniger, als ich dachte. Aber es war richtig cool. Und, äh... Ja, ähm... Ich freu mich, in sechs Monaten das nächste Mal Geld zu bekommen. My... Chemical Finance? My Chemical Finance! Ah... 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 Ich werd' gleich gucken, was ich noch von hinten quasi dann reinschieben kann. Boah. Nimm das nicht aus dem Kontext, bitte. Mach das nicht. Du verschwindest in den Abyss. Warte, pass auf. Pass auf, so. Nein. 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 Ah, ich werd' immer klein. Ah... 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 So klein mit Hut. So klein mit Hut. Ah... Wow. Bow, bow, bow. Da ist der Mental Breakdown. Hallo. Hallo. Hallo.